Einen recht schönen guten Tag, liebe Follower. Wir sind auf einer Wanderung in dem Zechengelände und hier ist noch eine alte Ruine von der Maschine, die höchstwahrscheinlich das ganze Erz, sprich die Steine klein gehauen hat oder geröppelt. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und das macht ja unwahrscheinlich einen Graf. Ich habe nur mal im Fernsehen mal was gesehen. Und da oben, seht ihr, da haben vielleicht die anderen noch drin gesessen und haben das gesteuert. Das muss ja mächtig gerumpelt haben hier drin. Ist alles verfallen, nur das Eisen. Und das steht ja noch. Und die Wände von den Büroräumen oder was weiß ich. Schaltzentralen. Alles offen, hier kann jeder rein, aber ist nicht empfehlenswert. Macht's gut, ihr Lieben.